Hallo liebe Freunde von RAW, Rough and Ready, dem YouTube-Kanal. Das Wintersemester steht vor der Tür und ich werde in diesem Semester eine Überblicksvorlesung halten, die von den ältesten Höhlenmalereien bis ins Mittelalter geht und im Sommersemester dann die Fortsetzung, die dann etwa von der Gotik bis ins 20. Jahrhundert läuft. Es wird also spannend. Ich werde jeweils versuchen, Kurzzusammenfassungen dieser Vorlesungen Woche für Woche aufs Netz zu stellen und ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir zusammen durch die Geschichte der Kunst von ganz früh, von den ersten Höhlenmalereien bis ins 20. Jahrhundert mitgehen würden.